Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends mit Abos und Freunden. Diesmal mit dabei der Herr Blaze. Hallo, wie immer. Der Zuckzuck. Hallo. Der Leuchti. Hi. Und der Horch und Kuk-LP. Hallöchen. Ja, und im Background die Sonny Kolokne. Hallöchen. Ganz schüchtern heute. Ganz schüchtern heute. Ja, wir spielen die Champions Jinx. Dann weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht Blitzkrank. 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 Den Schreckensritternasus, die Oberkommando Katharina und die Neonschlag Roy gegen das Verliererteam bestehend aus Blazor vorlesen. Wir spielen gegen Yasuo, Zed, Amumu, Miss Fortune und Black Screen. Das ist immer ein trauriger Roboter. Oh, dann sind wir also gegen vier. Okay, dann können wir wenigstens mal gewinnen. Mal schauen wir dann mal, ob wir gewinnen können. Ja, schaffen wir schon. Ist ja unser erstes Game zusammen, da packen wir das. Was soll schon schief gehen? Ja, ich meine, die haben... Den habe ich noch nie gesehen in Action. Ja, der ist cool. Der macht eine Wand und dann geht einfach nichts durch durch die Wand. Also der Black Screen spielt oder würde Lulu spielen. Du glaubst, ich sei verrückt. Also der Guter wird was auch. Verschwinden die Bons. Der ist nicht da, weil der muss Lulu'n. Okay, weiter. Also wenn ihr weiter so schlechte Witze hören wollt, dann guckt auf seinen Kanal vorbei. Ist genauso wie sein Name hier. Warte, da ist er da. Ich krieg auf den Boden und lache. Nee, lol. Jetzt fast hat er geslasht, aber hab's dann aber nicht gemacht. Was gefunden. Wer entwickelt die haupt nicht mehr da. Denkst du hast auch kein... Wickelt. Ja, das war absichtlich. Ich wollte es nochmal zurückbohren, nehmt schnell. Das vergisst du doch immer. Ich finde das zurückbohren so geil. Immer nicht, aber auf und zu schon. 50% oder so. Ja, nee. Ich wollte mein erstes Game heute, da kann man auch so mal vergessen. Ja, auch mein erstes Game heute. Als würd ich vorher ein Game spielen, wo ich am RedBuff sterben würde. Oder so ein Blitz. Ja, ja. Das wär voll lustig. Ja. Das wird nie passieren. Nee, das ist eben. Ach, wir haben 2.45 Uhr. Schöne Uhrzeit. Ja, am Nachmittag natürlich. Ich hab keine Nerds oder sowas. Bei mir ist es dunkel. Ich weiß nicht, wie es bei dir nachdem das aussieht um 2.45 Uhr. Ich bin gleich schon wieder hell wahrscheinlich. Die arme S4 hat jetzt keinen Flash mehr, wir haben es alleine unten. Ah, da ist Lulu. Okay. Da ist Lulu. Deswegen ist ein Pair. Ich will was grabben, weil es nix zum grabben wäre. Lulu will ich nicht grabben, die macht so viel Schaden. Kann sich vor allem schilden. Wie Miss Fortune haben wir eigentlich. Ja, aber... Die läuft so komisch. Hier bleibt mir nicht da gegrübt und so, ne? Ja, das war gemein. Boah. Würde ich auch nicht mehr. Ah, da sind 2. Die auch. Ja gut. Außer Lulu. Jetzt ist sie grabben können. Hast du nicht. Ich hab halt... Ich hab 20 Minuten cool oder sowas. 18,8. Ja. Dauert ein bisschen. Aber die Raten sich schlagen. Aber wir haben nicht sicher. Ich fühle mich so. Los. Come on, home. Die Raten sich weg. Du kriegst zu viel Schaden, was auch. Du tankst die Minions, tankst die Minions. Tankst die Minions, schluss. Sehr schön. Wie cool der Raten-Tack machen. Ja, aber kein Raten-Tack. Ach so ein bisschen. Kein Problem. Du würdest halbes Leben gemacht, die Minions alleine. Ich hab da Munu. Genau. Der war schön. Schön daneben, ja. Als Kinder. Nee, hab mir ja auch gar nicht gesehen. Nee, nee. Komm mal in die Mitte. Ach, hau doch ab, ey. Okay, dann so. Sehr schön. Der war fast so gut wie meiner gerade. Ach, Lulu. Geh doch einfach sterben. Lass dich einfach push an den Tower. Also wie ist ein Tower-Gribben. Rein theoretisch. Ich hab bestimmt. Du bist du Portion weg? Ja. Wir sind in den Atterraunten. Na, da. Weiß. Hast du uns holen? Keine Flash. Na? Würde ich. Würde ich die Crapbank, glaub ich. Oh, ne Hypothese. Ja, ja, ja. Komm her. Na, Bitch. Ich mag mich nicht. Machst du Auto-Attacks? Was ist das? Was geht da? Entschuldigung. Wir die haben die besprochen. Oh, die will nicht. Ja. Ja. Will ich. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Hast du jetzt echt ein Flash auf mich? Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Aber ruhig. Das habe ich mir jetzt. Was gut. Ich will doch nur mich hier harassen. Ja, aber. Macht's ja auch ganz gut bisher. Ja. Ach komm, meine Grab. Ich muss mir genau hintern. Das bringt nichts. Hintern ist die Moon-Fu-Grab. Bei dir ja läuft's Spieler. Achso. Was für Amst 29 zu 28. Perfekt. Du bist der Beste. Die Outform die hat. Wer will schon. Steht 29 zu 29 genau. Nein. Hier. Hier. Die Minion. Oh, danke. So muss das. Das ist Team-Playing. Oh, schade. Geht mir auf den Sack, ey. Ja, mir auch. Jetzt sicherer Gang-Crasher. Aber wir sind wirklich. Komm gleich runter. Ja, wir dachten zurück. Wurscht, glaube ich. Hopp nicht. Ist der Stryl-Bush geworden? Denk nicht. Ich hätte nur einen Ward gehabt. Obwohl er zwei Ward drei, aber. Alter, hau ab mit den Mistdingern hier. Oh, ich bin hier. Ja. Hauptsache tot. Hier ist er weg. Schöner Snyder. Oh, der ist auch da. Er bringt jetzt nichts. So okay. Dann bleib ich noch ein bisschen. Kann aber mit Farb und Ex-Laut. Nö. Ich habe eigentlich sie angeklickt mit dem Jumper, aber irgendwie ging der dann auf den Minion. Ich komme mal wieder mit der. Ich komme runter wieder. Wer hast du in deinem Busch gefunden? Oh, ich gehe mal lieber weg hier. Oh Gott. Okay, der ist rüber gesprungen. Sehr schön. Oh, Nasus ist direkt top in W4. Wie machst du das mit Nasus? Early game. Wie, habe ich mir zweimal gegankt und dann war es das eigentlich für Yasuo jetzt. Das ist schön. Yasuo. Ich glaube, das ist die Loo drin. Brauchst du auch 4x Kills, glaube ich. Hm? Habt du auch 4x Kills, brauchst du dann 6. Oh, nach der Klupe, den könnte ich schon haben. Ja. Ich komme an Bord. Tschüss. Hab jetzt Ulti. Loo, ich habe mich schon wieder auf den Wandel-Bus gemacht. Ach, ich habe mir einfach die Loon-Bus gemacht. What the fuck? Ich habe mir einfach die Loon-Bus gemacht. Ja, ich bin tot. Ich glaube, es ist exhausted. Okay. Alles klar. Ich musste eben Level 6 werden, es tut mir leid. So viel Zeit musste es sein. Warte, 3 Sekunden. 2, 1 und... Ach komm. Nein, letzte Kräfte hätte ich sofort Entzünden draufgehauen. Ich hätte sofort Entzünden draufgehauen. Ja, krass. Oh, hat mich verarscht. Ich hasse sie. Wen habe ich eigentlich gekillt gehabt? Äh... Na, aber ich brauche schon dann. Ach, war die auch noch da? Okay. Ach komm. Du bist aber echt, ey. Ja, weiß ich mal... Hm... Irgendwie jetzt war das... Ja, das ist schon... Im Zahn und Leid. So, hier in der Zeit. Das hasse ich ja. Du bist gleich mal weg, sonst ist die... Vielleicht stärker als ich. Ja. Oh, da hockt ein Amomo. Bei mir in der Mitte. Hätte ich nicht wohl so gedacht, ne? Kannst behalten. Oh, dann kann ich wirklich behalten, ne? Oh, sie kommt. Sie hat ein Wort hier drin. Komm mal mit. Aber ich hab was... Ich will denn jetzt sowieso am Trumpen. Oh, shit, ey. Oh, nein. Oh, nein. Nein, war das schlecht. War mein Fehler eigentlich mehr, ja. Was soll's. Jetzt nicht ranpullen sollen, teillänfen sollen. Jetzt hab ich mir keine Schuhe gekauft, naja. Ich hätte sie lieber einfach mal hochlaufen sollen, sodass das teillänzen. Und würd's nur aufhauen sollen, sodass einfach abhauen sollen. Aber gut. Der war doof. Nicht tragisch. Wenn die ersten beiden Kills nicht die haben. Und wie viele heißt wir einer nur? Und dann gut. Wir dürfen die jetzt nur nicht weiterfeeden. Aber da die jetzt nicht weggeht, ähm... Kennst du's weiter mittlerweile. Und mich kennst du. Ich werde auf jeden Fall feeden. Oh ja. Und da du noch mal allein bist, dann... Tut mir leid. Oh, Gott. Ich verstehe. All in. Ich komme jetzt. Ja, grub einfach, grub einfach, grub, grub einfach. Ich bin jetzt lauer, ich kann nicht mehr. Ach, komm. Ich habe keinen einzigen mehr. Ich habe einen Killung, das ist doch nicht alles gut. BAM. Ich hätte nichts gemacht, außer... Ist ja auch schon mal was. Nein, mal hin. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Oh, ich länge nur ein bisschen ab. Was wir eben nicht haben. Normaler schon wieder. Ich wollte das abwürdig. Nee, ich wollte das eben weg. Eintem zu einkaufen. Soll ich auch. Gute es da voll machen, so. Oh, ich brauche noch mal voll. Dann habe ich immer noch keine Schuhe, wenn ich das Gute so voll machen. Nee, dann lieber nicht, oder? Nee, drei Schuhe. Ich muss noch weiter laufen. Brücken wir jetzt mit. Hast du dein Passi? Passt schon. Ja. Ja, ich muss jetzt weiter laufen, weil der Tauer weg ist. Ja, stimmt. Jusar! Was? Jusar! Du glaubst, ich sei verrückt. Du solltest meine Schwester sehen. Ich gebe schon Besuch da oben gleich, ne? Ich will auch was. Und Mitte ist Mist. Der so gut rollt. Ohne Mist. Einfach rüber zu müssen. Wenn zu sein. Ach, da ist er wieder. Was fehlt? Wo man ihn ja? Oh, er hat sich ein Magic Resist geholt. Komm. Feuer. Oh, nein. Komm nicht ran, das ist zu lang. Ja, 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 ja. Och, schade. Ich habe es nicht mehr gesehen, leider. Hier ist ein Board. Hier. Genau hier. Du hast schon Schaden. Das macht ja nichts. Uh, ich bin geslowed. Oh, 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 gefährlich. Komm mal bitte. Ey, wie? Wie? Ist der in den Pott gezogen, oder wie? Hm. Was haben wir jetzt? Jetzt sterben wir nur noch. Reden passiv. 71 zu 82. Neu, was weiß. Ich werde decken vor uns. Wir holen uns nicht mehr. Wohnt mal lieber. Aus Respekt. Echt. Das ist ein D-Minion. War da was Besonderes? Guck jetzt wie. So. Ah, hier sind wir ein Buster geworden. Game. Ich glaube, wir sind echt zu müde zu spielen heute. In die Uhrzeit. Yes! Yes! Oh, fuck. Nein, Mitte ist miss. Und wir sind jetzt noch runter. Und wir sind jetzt noch runter, oder? Oh, Gott. Oh Gott. Rennen, Rennen. Ach so, Zed ist auch noch da. Ich zünd' ich renn? Ja, tu doch, ey. Das noch. Nein! Fehlflash. Er war nicht so schön. Was machen wir? Das machen wir in unserem Drake. Unser Drake. Unser Drake, natürlich welchen sonst. Ja. Ja, geh all in, boy. Kein Problem. Ist nur vier. Oh, da kommt ja was mit. Bisschen. Nur ein bisschen. Ich könnte mal mit der Hilfe gebrauchen. Ja, ja, wir kommen. Ach, scheinen reicht. MF ist auch schon weg, dann. Tu mal eben den Red Buff, ne? Ne, mach das bitte schon. Eher weg. Ja, da. Eher Team hat einen Turm zerspielt. Ja, der ist doch. Vielleicht brauchen wir ein paar Volt. Ging an hier. Oh, der Schaden von dem Asus. Oh, die Uhr ist auch noch hoch. Ist auch, Asus. Asus, Asus, Asus. Die beiden schaffst du aber, nicht drei. Und da kommt. Oh, der Schaden. Wir fangen wieder an zu servieren. Waren wir auch alle fünf auf einmal da, ne? Da haben sie doch geguckt. Ach ja, die Ulti. So was schönes. Rein und raus. Ist bestimmt für mich der Bluber. Ach doch, da ist der Unwärter dahinten. Wer will die Haare? Und wer ist der? Ich brauche ihn nicht. Ich nehm ihn noch. Auf jeden Fall. Achso, den lassen wir mal stehen, den einen, ne? Oh. Wollte gerade klauen. Misten so schnell. Weil? Da geht der Tor auf mich, ne? Ist ja klar. Nein, wo kommt die denn her? Hilfe, Jungs. Oh, ich dachte, äh, toller. Hilfe, Jungs. Ein, wo wollen wir zwei Mädels? Hilfe, Jungs. Jetzt hat er die Doppel-Buff. Hm, chill. Läuft. Läuft. Holte ich mir gleich wieder, in dem Moment. Oh, der ist auch schon fertig. Äh, da warst du so ein Pitjaxed. Ja, hab ich jetzt dazu gekauft. Gerade gut, ne? Ach, eigentlich haben wir diesen Nasus eigentlich eh schon gewonnen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Mal 33 Farben. Frozen Heart. Sheen. Wie viele Stacks? Dreierabend. Dauer, 15, ja. Der haut einmal zu, dann ist alles vorbei. Da kann man nicht meckern. Ich würde ihn setzten. Give me the set, yeah. Give me the set, yeah. Oh, er rennt nach oben. Shevilias, yeah. Nice. Geflasht. Nice grab, nice grab. Der war richtig gut. Was ich nicht mehr skillet habe, haben wir so gut lag. Das passt schon. Ja. Doch. Ouch. Lass gehen. Über den Schuhe. Habt ihr jetzt hier genug Worts hingestellt? Ja, hab ihn gestellt. Weiß ich nicht? Nee. Pass auf Nasus, du hast Besuch. Mach mal auf Kraftzahl, ja? Ein Worts. Ein Worts. Zwei Worts. Zwei Worts. Zwei Worts. Ach du Blut. Ich hab ein Typ gekillt. Blue ist da. Schade. Oh du kannst eigentlich rüber charten, das ist voll unfair. Oh Lulu kommt, Blaze, Blaze Lulu, Lulu. Oh der war schön. Ja, aber wer ist denn hinweg gekommen? Ich bin auf dem Weg. Oh da kommt noch einer, super. Uh, fuß hier weg. Du lebst sogar noch. Klar. Puh. No problem. No problem. Mum mit so wenig HP weggekommen. Wo drin gelaufen? Ja Jinx auch. Da ist ein Yasu. Komm Klee, den Wort Yasu. Da ist kein... Da ist niemand. Dazu hol dir ein Wort. Da ist niemand. Oder den Wort von mir. Oh my god. Na ja, er ist gut. Danke, wir stinken. Warum ist denn nur noch um zu niemanden? Ich hab da so einen Lulu. So ein Wieder? das ist überhaupt nicht aufgefallen ich hab's getroffen mann ich fall echt drauf rein da war er der Flash oben ist auch der andere im Busch wir werden wieder gehen wieder alle full life Amu mit Ulti muss nicht sein nicht, wieso nicht? kann man auch machen da willst du echt tanzen der macht doch keinen Schaden der macht doch keinen Schaden der macht auch keinen Schaden ich beschütze dich schon das ist ja alles gut ich geh nur Assister, 7 Assists und das ist das AD Carry super wenn ich das nicht als Kills haben könnte ach du bist ja auch der Assister was will der jetzt gegen dich machen? Ulti, wie hüpfte ich jetzt drin stehen bleiben können der Nasos ich geh den behalten mal im Team, der Nasos den geben wir nicht mehr her meinst du? naja kostet ja auch nicht mehr aber sonst gehts sonst ja alles packt er kommt Dauer echt ey wir wollen den machen kann er nicht einfach hier ich bin schon gefangen das verblingslot und ich bin trotzdem tot ne ne ich komme weg also tut ich werde das nicht what? immer schön Ey! es hab auch jetzt noch gehabt ne 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 der supporter kriegt nix ne wo wir gut gehen aber... Ist aber dauerhaft! Statt nirgendwo, was nicht dauerhaft denn! Du hast mich jetzt erst aus mir gelassen. Gefäuscht von dir! Ich heim. Ich heim jetzt mal hoch jetzt. Mhhh... Dingsquad ist... ...ordentlich farm. Was? Auch da hinten. Ja. Haben die irgendeine AP-Champ? Nö. Okay. Der Name Mumu, aber der spielt trotzdem. Ich hoffe, wir nutzen Amo. Oh, ich glaube, ich krieg ganz schön Besuch jetzt, glaube ich gerade. Die 24 zu 6 und die Surinale nicht. Versteh ich nicht. 7x1 Nase mit 200 farm. Na gut. Vielleicht drehen sie sich auch noch. Wer weiß. Ich weiß es. Lass es nicht tun. Wart mal ab. Wenn da oben steht ein Titel vom Video, der Turnaround, dann weiß der Bescheid. Jaja. Es sind viele Leute da oben. Vielleicht können sie das aufhalten. Es ist 5. Also 4 kriegt dann das alleine oben down. Aber 5? Bei 5 schick ich mein Ulti hoch. Fertig. Wie großzügig. Das reicht. Keine Mana mehr. Was machen die da jetzt da oben? Wir machen den Tower. Vielleicht wollen sie auch Garen machen. Mit welchen Tower-Tacken. Da vielleicht. Machen wir wild in das da. Oder sowas. Das klagt auch für mich. Das klagt. Was? Das gilt für mich. Das gilt für mich. Das gilt für mich. Wow. Ich glaube, das geht aber nicht. Das ist gar nicht gut. Das gilt für mich. Ich weiß nicht so. Das gilt für mich. Der war, der war so zu greedy. Die waren auf einmal da. Die waren auf einmal da. Ach so ein Zufall aber auch, ne? Weil nun deren Base sind auf einmal da gewesen. Ja. Das dürfen die doch nicht, oder? Ich komm mal zum Spielen. Das ist kein Wettbewerb. Ich geh die alleine. Ich sag, kannst du auch das, wie sie die MFs an ihren eigenen Leuten schaden machen? Wie ist denn, Jo? Scheiße! Schlag dazu! Schlag doch zu, und ich werde mal an werden. Boah, ich meine Uli gar nicht mehr schicken. Ist ja langweilig, ey, was ihr da macht. Der passt nicht grad die Killed, wo du bist. Wo ist denn der Mumu eigentlich? Ähm, Jungle? Ich weiß nicht. Bestimmt Jungle. Brauch ich nicht jetzt. Der Team hat einen Turm zerstört. Ich weiß, was cool ist. Mach den da. Lass den Arm nur so in Ruhe. Den würde ich töten. Den würde ich töten. Oh, du Tod. Oh Mann. Das wird auch den Kill wenigstens. Was? Hehehe. Ja? Aber jemand ob K? Okay. Haben wir keinen Bock mehr wahrscheinlich. Hage denrahku. meine fünffach tötung herrn kann man nicht da ist das von uns wäre am liebsten wieder auf das spiel länger dauert vielleicht verlieren wir ja noch Weißt du's? Komm Ach Da ist du Der muss es sein Aua, hör da auf, Power Mach dir eben platt, warte Oh, der schießt nicht mehr auf dich Aber es ist doch noch gekriegt Ja Tschüss Tschüss